Das sind einige unserer Themen heute. Veranstaltung zum Thema Frauen verdienen mehr. OK-TV-Tag 2019 am Nürburgring. Neues Outfit für Cheerleader des TVP und vieles mehr. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kompakt. Die Gleichberechtigung von Frau und Mann ist immer noch nicht da, wo sie heutzutage eigentlich sein sollte. Das wird unter anderem durch den großen Unterschied zwischen den Gehältern deutlich. Der Mann erhält durchschnittlich 21 Prozent mehr Gehalt als die Frau. Die Veranstaltung Frauen verdienen mehr will darüber und über andere Dinge aufklären, die der Gleichberechtigung noch im Weg stehen. Ergänzend zum jährlich stattfindenden Equal Pay Day, dem internationalen Aktionstag für Entgeltgleichheit zwischen Frauen und Männern, fand Anfang April nun zum vierten Mal in Folge die Veranstaltung Frauen verdienen mehr statt. Dazu wurde in die katholische Familienbildungsstätte Pirmasens eingeladen. Teil des Teams, das sich hierfür eingesetzt hat, war unter anderem auch Silke Scheidel, Referentin für Arbeitswelt und Politik bei der Evangelischen Arbeitsstelle Bildung und Gesellschaft. Wir haben dieses Jahr Frauen verdienen mehr, besonders in den Pflegeberufen, weil wir darauf aufmerksam machen wollen, dass Frauen verstärkt in der Pflege arbeiten, zu einem geringen Lohn, eine Arbeit, die sehr wichtig ist heutzutage, weil die Bevölkerung auch immer älter wird und der Beruf hat einfach ein schlechtes Image. Das wird gleichgesetzt mit Betrecksarbeit, die schwer ist. Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass es ein schöner Beruf, der sehr wichtig ist, der einem die notwendige Befriedigung gibt und der auf jeden Fall besser bezahlt werden muss. Und wir brauchen mehr Pflegekräfte. Ein Vortrag zum Thema ambulante Pflege zeigte den Veranstaltungsbesucherinnen die problematische Situation auf. Es konnten viele Impulse und Informationen weitergegeben werden. Neben dem interessant gestalteten Programm bot die Veranstaltung auch die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen. Wir müssen klein anfangen und vor allem müssen wir Frauen auch bei uns selber anfangen, dass wir nicht versuchen, alles gleich abzudecken. Das schaffen wir nicht. Wir können nicht Mutter, Vollzeit, Berufstätige sein. Vor allem müssen wir selber aufmerksam werden, dass wir auch immer noch nicht in unseren Köpfen die Gleichberechtigung erreicht haben, dass wir auch immer noch denken in Mutter, Berufstätige, dass wir selbst auch Achtung haben vor den Frauen, die alles versuchen zu schaffen und dann vielleicht die Männer auch dazu kriegen, auch in die gleiche Richtung mitzudenken. Ziel solcher Veranstaltungen ist es, Dinge kritisch zu hinterfragen und Denkanstöße weiterzugeben, statt problematische Situationen einfach hinzunehmen. Die Verantwortlichen hoffen, dass die Besucherinnen viel mitnehmen konnten. Normalerweise dreht sich am Nürburgring alles um PS. Doch im März standen dort die Buchstaben OK im Vordergrund. Die offenen Kanäle aus ganz Rheinland-Pfalz trafen sich dort zum OK-TV-Tag 2019, der von Markus Appelmann moderiert wurde. Seit 2003 gibt es den von der Medienanstalt Rheinland-Pfalz organisierten Tag der offenen Kanäle. An der Veranstaltung nehmen Mitarbeiter und ehrenamtlich engagierte Produzenten und Produzentinnen der insgesamt 20 OKs aus Rheinland-Pfalz teil. Der OK Adenau war Gastgeber der diesjährigen Veranstaltung. Die Medienanstalt RLP nutzt diesen Tag, um den engagierten Ehrenamtlern für ihren Einsatz zu danken, aber auch um technische Neuerungen und zukünftige Entwicklungen vorzustellen. In diesem Jahr folgten über 200 ehrenamtliche Bürger-Medien-Produzenten und Produzentinnen der Einladung. Das Motto der Veranstaltung war ein Hoch auf die Meinungsvielfalt, die gerade im Kontext der Bürger-Medien-Landschaft einen besonderen Stellenwert hat. Also sie spielen eine große Rolle. Sie werden sagen, Professionals muss nicht ersetzen. Das ist auch nicht die Aufgabe von Bürger-Medien. Die Aufgabe von Bürger-Medien ist, dass Bürgerinnen und Bürger die Chance haben, Medien selbst zu machen, zu verstehen, wie funktioniert eigentlich eine Fernsehproduktion, dann selbst die Kamera in die Hand zu nehmen, selbst einen Beitrag zu machen. Und die zweite wichtige Aufgabe, und da kommen wir eben zur Meinungsvielfalt, deswegen auch dieses wunderbare Motto heute auf dem OK-TV-Tag in Adenau hier am Nürburgring, ein Hoch auf die Meinungsvielfalt. Sie leisten einen Beitrag aus einer anderen Perspektive. Es ist eine Nahperspektive. Es ist die Perspektive, ich berichte über das Dorf, in dem ich lebe. Das ist kein Ersatz für Professionalsjournalismus, sondern eine ganz spannende, sinnvolle, großartige, inspirierende Ergänzung. Die Besucher der Veranstaltung haben an diesem Tag ausreichend Zeit, sich über Besonderheiten ihres OKs oder spannende Themen auszutauschen und zu informieren. Gerade das Ehrenamt ist für das Funktionieren einer demokratischen Gesellschaft sehr wichtig. Sich ehrenamtlich zu engagieren in einem offenen Kanal ist genauso wichtig, wie sich ehrenamtlich zu engagieren in der Freiwilligen Feuerwehr oder bei einem Wohlfahrtsverband, in der Kirche, im Sportverein. Das ist das Ehrenamt, da ist ja Rheinland-Pfalz deutscher Meister, nirgendwo in Deutschland sind so viele Menschen ehrenamtlich aktiv. Aber die Doppelnatur besteht darin, dass der Ehrenamtler, die Ehrenamtlerin im offenen Kanal auch einen wichtigen Beitrag zur Demokratie leistet. Er ist sozusagen im besten Sinne Handwerker, Handwerkerinnen bei der Herstellung von Öffentlichkeit. Und deswegen ist es für mich diese einzigartige Doppelnatur. Ein besonderes Highlight des Tages war auch in diesem Jahr die Verleihung des Bürgermedienpreises für herausragende Sendebeiträge. Aus den 103 eingereichten Sendungen wurden insgesamt sieben Beiträge der Kategorien Ehrenamt und semiprofessionell prämiert. Die Spanne der Themen reichte vom Kurzfilm bis hin zur Sprache mit Bildern. In der Kategorie Ehrenamt konnte Romal Nutrat vom OKTV Südwestfals mit seinem Beitrag Gib niemals auf, mein neues Leben, die Jury überzeugen. In der Rubrik Die beste Bildsprache belegte er den ersten Platz. Neben einem Juryvoting gab es 2019 erstmals ein Publikumsvoting, an dem sich mehr als 3000 Interessierte beteiligten. Hier konnte sich das Musikvideo Wie bin ich gestern heimgekomme aus Hassloch durchsetzen. Der Preis des Bürgermedienzentrums für besondere Menschen im OK-Umfeld wurde in diesem Jahr bereits zum siebten Mal verliehen. Ausgezeichnet wurden Ehrenamtler, die eher im Hintergrund ihrer OKs tätig sind. An diesem Tag wurde der langjährige Vorsitzende des Bürgermedienzentrums, Winfried Engel, von seinem Nachfolger, dem Versammlungsvorsitzenden der Medienanstalt RLP, Albrecht Bär, offiziell verabschiedet. Nach einem gemeinsamen Mittagessen hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, in unterschiedlichen Workshops neue Informationen zu erlangen. So wurden beispielsweise Themen zum Arbeiten mit der Reporter-App, zu Karrierewegen im Medienbereich und zur redaktionellen Vernetzung von Produzentinnen und Produzenten angeboten. Erstmalig hatte die Medienanstalt RLP auch ein Alumni-Panel für ihre ehemaligen Auszubildenden und FSJler organisiert. Immer wieder spannend ist die Frage, inwieweit die Medienanstalt RLP zukünftig die Bürgermedien in Rheinland-Pfalz unterstützen kann. Also das tun wir. Tatsächlich geht fast ein Drittel des Etats der Medienanstalt in die Unterstützung der offenen Kanäle. Wir haben 20 Trägervereine, 9 Plattformen. Wir unterstützen die ehrenamtliche Arbeit. Oder wir stellen selbst Kollegen, Kollegen, die Beschäftigte der Medienanstalt sind, zur Verfügung, um die ehrenamtliche Arbeit zu unterstützen. Ob sich dies umsetzen lässt, wird man beim nächsten OK-Tag 2020 in Mainz sicherlich erfahren. Im Rahmen der Pirmasenser Stadtsportler-Ehrung am 22. März wurden den Cheerleadern des TV 1863 Pirmasens neue Uniformen überreicht, die durch das Bundesprogramm Demokratie leben gesponsert wurden. Die Freude über dieses Geschenk war groß, wie Sie im Folgenden sehen. Was vor einigen Jahren als Demokratie-Leben-Projekt anfing, ist heute zu etwas ganz Großem herangewachsen. Die Cheerleader-Gruppe TVP Hurricanes durfte sich bei der Stadtsportler-Ehrung nicht nur über Silbermedaillen freuen. Wie Stefanie Rotha, Fach- und Koordinierungsstelle der Partnerschaft für Demokratie Pirmasens, erklärte. Im Jahr 2016 startete das Projekt erstmals. Nach der Förderzeit ist es einfach weitergelaufen, hat sich verselbstständigt, ist nachhaltig, ist wirksam, hat sich vergrößert. Inzwischen sind noch neue Gruppen dazugekommen. Und alles, was wächst und größer wird, braucht irgendwann ein neues Trikot. Und die Mädchen der ersten Stunde sind aus dem Trikot herausgewachsen und heute Abend wollen wir die neuen Trikots überreichen. Die Cheerleader sind sehr aktiv. 2018 waren sie auf über 20 Veranstaltungen und Tourenfesten dabei. Sie bringen sich auch gerne bei den Parks Kinderfreizeiten ein und sind auch anderweitig mit motiviertem Einsatz dabei. Die Kinder kommen halt aus unterschiedlichen Familien und nicht jeder kann seinem Kind eine Uniform kaufen für ca. 150 Euro. Das ist natürlich nicht für jeden machbar. Wenn man zwei Kinder hat, die mit Touren, dann ist es halt noch eher unerschwinglich. Und weil man eben allen Teilnehmerinnen das gleiche Outfit zugestehen wollte, wurde das damals von Demokratie Leben bezahlt in einem Projekt. Und wir haben uns jetzt so gefreut, dass das Projekt eben so erfolgreich war und so gut weiterläuft. Da am Ende des letzten Jahres noch etwas an Fördersumme übrig war und man stolz auf die Entwicklungen der Cheerleader ist, wurde entschieden, die Mädchen mit den neuen Uniformen zu belohnen und so gleichzeitig für das Bundesprogramm zu werben. Wie Pirmasens und der Landkreis beteiligt sich auch die Stadt Zweibrücken 2019 wieder am Bundesprogramm Demokratie Leben. Der Begleitausschuss der Lokalen Partnerschaft für Demokratie kam Ende März im Ratssaal zusammen, um sowohl auf die Projekte von 2018 zurückzublicken als auch die neuen vorzustellen. Zudem steht inzwischen fest, eine Fortsetzung des Bundesprogramms nach Jahresende wird kommen. Mit dem Jahr 2018 war man seitens des Bundesprogramms Demokratie Leben in der Stadt Zweibrücken hochzufrieden, betonte die Leiterin der Fach- und Koordinierungsstelle Marika Keller. 16 Projekte waren bis zum Ende umgesetzt worden. Deren Ergebnisse und Erfahrungen wurden dem Begleitausschuss abschließend noch einmal präsentiert. Das Helmholtz-Gymnasium beispielsweise hatte das Theaterstück Jeder soll individuell sein, aber wehe einer ist Anlass auf die Beine gestellt oder ein Projekt namens Hass in der Demokratie begegnen durchgeführt. Viele Ausflüge und Aktionen mit Jugendlichen waren bei den Vereinigten Bewegungsspielern realisiert worden. Von ihren eindrucksvollen Erlebnissen berichteten die Jungen und Mädchen aus allen Herrenländern selbst. Auf all dem will man im neuen Jahr aufbauen. Ja, 2019 haben wir auch schon wieder elf Projekte bewilligt. Da sind von Gedenkstättenfahrten bis Kunstprojekten. Wir hatten ja einen Siebenpfeifer-Wanderweg angelegt, der wird jetzt künstlerisch gestaltet, mit künstlerischen Aktionen begleitet. Es gibt einen Aktionstag an einer Realschule Plus, wo die Jugendlichen darauf vorbereitet werden, dass Integration ihnen ganz persönlich in ihrem Lebensweg hilft. Und also wieder eine große Vielfalt, die auch 2019 läuft, mit bislang elf Projekten. Und es wird im April noch einen Aufruf geben für weitere Schulprojekte. Ganz neu ist 2019 etwa auch ein Projekt, das mit Yoga an der Albat-Schweizer-Grundschule Barrieren überwinden und Selbstbewusstsein aufbauen möchte. Ebenfalls neu ist der Blick des historischen Vereins auf die Geschichte von Lesben, Schwulen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen in der Pfalz. Während Demokratie leben als Bundesprogramm Ende des Jahres ausläuft, wird bereits am Nachfolgerprogramm gearbeitet. Jenes soll direkt daran anknüpfen und auch weiterhin Demokratiebewusstsein in der Bevölkerung stärken, sowie gegen Intoleranz und Extremismus eintreten. Im Sommer können sich die Partnerschaften für Demokratie wie jene in Zweibrücken bereits bewerben. Und zwar wird am 1. August der Aufruf zur Antragstellung für alle Partnerschaften und alle Landesdemokratiezentren erfolgen. Die Einreichungsfrist ist hier der 4. Oktober. Das heißt, dass sowohl die Landesdemokratiezentren als auch die Partnerschaften für Demokratie ohne Interessenbegründungsverfahren, also in einem einstufigen Verfahren, die Fortsetzungen beantragen können. Es wird auch wieder Modellprojekte geben. Das war bislang noch nicht ganz klar. Es wird Modellprojekte geben im Bereich Demokratieförderung, Vielfaltförderung und Extremismusprävention. Da sind die Antragsfristen ein bisschen anders, weil da immer noch ein Interessenbegründungsverfahren vorgeschaltet ist. Zum Abschluss von Demokratie leben wird es Ende 2019 eine gemeinsame Veranstaltung der Partnerschaften für Demokratie Südwestfalls, Pirmasens und Zweibrücken in Hornbach geben. Das war es mit Kompakt für diese Woche. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, das nächste Mal zu einer neuen Ausgabe wieder. Bis dahin machen Sie es gut und Tschüss. Wir sehen uns, wenn Sie öffnen, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020